Hallo, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem ersten Heimspiel, dem ersten Heimsieg gegen Werder Bremen. Hier oben begrüße ich die beiden Trainer, Florian Kohfeldt und unseren Chefcoach Alfred Schreuder. Und ohne große Zeit zu verlieren, starten wir mit Ihnen und Ihren Fragen. Das Mikrofon kommt von der Seite, bitte um Handzeichen und dann kann es losgehen. Sag ich nichts? Oh, Entschuldigung, so ist es. Auch die neue Saison fängt halt wieder an. Wir fangen mal an mit dem Gästetrainer. Sorry. Ja, alles gut. Ich kann auch mit Fragen anfangen, das ist kein Problem. Habe ich es einfacher. Stimmt, hätten wir uns Zeit gefragt. Ja, also erstmal herzlichen Glückwunsch, Alfred zum ersten Sieg. Hätte mir auch gewünscht, dass wir ihn haben. Glückwunsch TSG Hoffenheim. Aber ja, Spiel insgesamt natürlich, glaube ich, tausende Geschichten, die es in diesem Spiel gab. Also ich muss meiner Mannschaft ein großes Lob machen für die Leidenschaft, für die Qualität auch, mit der sie gespielt haben. Wir haben ein sehr gutes Ausfeldspiel gemacht, wenn wir uns anschauen, wie viele Chancen wir hatten, wie viele Möglichkeiten wir hatten, wie wenig wir auch grundsätzlich, trotz dann auch noch Unterzahl am Ende zugelassen haben. Aus dem Spiel heraus war es nicht viel. Das war schon sehr gut. Was nicht gut war, waren unsere defensiven Standards. Da dürfen wir auch nicht drum herum reden. Zwei Gegentore aus Standards zu bekommen, ist schwierig. Dann ein Spiel zu gewinnen auswärts. Trotzdem hätte es die Möglichkeit gegeben, ein Vorwurf, den wir uns gefallen lassen müssen, ist, dass wir die 10, 15 Minuten nach der Pause zu passiv waren. Da hätten wir weiter druckvoller spielen müssen, mehr durchs Zentrum spielen müssen, mehr Kombinationsfußball spielen müssen. Da haben wir uns zu sehr auf Chips verlassen. Aber das ist, glaube ich, auch eine normale Entwicklung, wenn man das Spiel ein Stückchen dahin verändert, mit einem Stürmertyp spielt, wie Niklas. Das ist so diese Balance, wann spiele ich den Chip, wann kombinieren wir, weil wir wollen keine langen Bälle spielen. Das sind wir nicht. Das ist nicht unsere Idee. Das hat uns ein bisschen gefehlt. Dann schießt Hoffenheim da das Tor, das 1-1. Ja, wir kriegen dann das 1 zu 2. Da muss ich sagen, da bin ich schon sehr unglücklich, dass da Möhl nicht in die Position zurückkehren durfte, nachdem er einen Schlag gegen den Kopf gekriegt hatte. Das finde ich schon schwierig, da zumal kurz davor das Spiel unterbrochen wurde, als ein Hoffenheimer nach dem Schuss am Boden lag. Und es ist dann der Sechser, der fehlt, der halt dann den Passweg aufmacht ins Zentrum. Schade. Wahrscheinlich kein wirklicher Fehler, aber schade, weil es ein Moment gegen uns ist in diesem Spiel. Dann kommen die ganzen Verletzungen dazu, nicht nur in dem Spiel, also nicht nur heute, sondern insgesamt. Aber ich sage nochmal, wir klagen nicht, sondern wir sind da super gegen angegangen. Dann kommt als i-Tüpfelchen noch das nicht anerkannte Tor von Niklas Völkrook heute hinzu, was regelkonform nicht anerkannt wurde, muss man so sagen. Ich sage auch, dass wahrscheinlich jeder Fußballer sagt, dass das Hand ist, ist Wahnsinn, aber es ist die Regel. Und da kann man einem Schiedsrichter am allerwenigsten einen Vorwurf machen, weil er muss die Regel so auslegen. Und dementsprechend ist es dann kein Tor. Wenn man es sich anguckt, kann man darüber nachdenken, ob es eventuell ein Elfmeter hätte sein können beim Halten, weil dann wäre es eben wieder kein Handspiel gewesen. Verrückte Welt. Aber ist so. Ja, und abschließend kann ich einfach nur sagen, großes Kompliment grundsätzlich an meine Jungs, wie sie spielen, wie wir diese schwierige Situation versuchen anzugehen. Und ich bin mir ganz sicher, dass dieser Weg sehr belohnt wird und dass wir in naher Zukunft Punkte machen. Zudem haben wir einfach auch gegen eine gute Heimmannschaft gespielt, die dann im entscheidenden Moment da war. Und damit komme ich wieder zum Anfang zurück. Herzlichen Glückwunsch und ja, vielen Dank. Vielen Dank. Dann Alfred bitte mit deinem Statement. Ja, vielen Dank, Florian. Ja, natürlich sehr glücklich heute mit dem Sieg. Wichtig für uns natürlich. In der ersten Halbzeit, ich glaube, ich habe viel Kontrolle, aber viel zu wenig Torchanges rausgespielt. Ich glaube, nur eine große Chance von Baumy. Die Raume waren da, aber ich fand, wir waren nicht mutig genug, in der letzten Drittel, um dann auch nach vorne zu gehen oder dann ein 2-1 zu machen über die Seite. Und das haben wir nur ein-, zweimal gemacht. In der zweiten Halbzeit haben wir versucht, etwas umzustellen. Dann 1-6 etwas höher geschoben. Dann war es vielleicht ein Tick besser, die ersten 15 Minuten und hat auch direkt eigentlich 2-1 geführt. Dann war es eigentlich wieder so ein Spiel, was hin und her gegangen ist nach der roten Karte. Normalerweise musste das Spiel eigentlich rausspielen und einfach rausspielen. Und dann muss man viel besser sein im letzten Drittel. Und auch so wie ich in der ersten Halbzeit viel mehr Zug zum Tor habe, um echt die richtige Gier noch um den Tor zu machen. Das haben wir leider nicht gemacht mit Ball. Ich habe auch zu den Jungs gesagt, heute war es unser schlechtes Tag von der Woche mit Ball. Die Standards haben wir offensiv sehr gut gemacht. Defensiv leider nicht. Die Mentalität von der Mannschaft in der zweiten Halbzeit war unglaublich. Ich habe es auch einen großen Loup gemacht, so wie Florian, auch von Bremen. Das muss ich auch sagen. Auch Bremen, am Ende gewinnen wir mit 3-2. Aber es kann auch 3-3 sein oder 2-2. Oder dass Bremen das Spiel mit 2-3 gewinnt, muss man ehrlich sein, kann auch passieren. Wir waren natürlich dann glücklich mit der rote Karte. Und das, was dann das Spiel zum Sieg gebracht hat, war natürlich für uns sehr, sehr wichtig. Insgesamt mit Ball noch viel zu tun. Von der Mentalität, finde ich, war super heute. Danke. Ja, danke. Dann kommen wir jetzt zu Ihnen und Ihren Fragen. Das Mikrofon kommt, wie gesagt, von der Seite. Bitte um Handzeichen. Ja, fangen wir hier vorne an, bei DPA oder Region. Herr Schröder, was war in der ersten Halbzeit? Waren Sie auch ein bisschen erschrocken über den Auftritt, der jetzt auch beim ersten Heimspiel ja auch so wichtig war? Erschrocken von was? Ja, vom Auftritt Ihrer Mannschaft in der ersten Halbzeit, weil man in der zweiten Halbzeit ja erst gesehen hat, was alles möglich ist. Nein, ich fand, dass wir in der ersten Halbzeit eigentlich normal gespielt haben. Aber im letzten Dritten waren wir nicht gut. Und wir hatten viel Kontrolle von euch, aber wir haben viel zu wenig Torchance herausgespielt. Und ich hatte das Gefühl, dass wir ein bisschen nervös waren, ab und zu, dass wir dann zu wenig nach vorne spielen. Und dass wir mit zwei Sechsen spielen, das bedeutet auch mit den Dreikerten, dass man sehr dominant sein kann im ersten Spielaufbau. Aber am Ende muss auch einer von den Sechsen mit nach vorne. Und das geht dann nicht, wie wir es dann so gemacht haben. Da muss man auch schneller mit nach vorne, dass wir dann wieder mit drei Zehner spielen. Und das war nur ein Detail. Das haben wir versucht, umzusetzen von Anfang an. So nicht mit zwei Sechsen-Spielen ins erste Spielaufbau. Aber es ist so, können wir wahrscheinlich nicht. Gibt es weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist? Dafür sind wir hier. Okay, dann nicht. Ja, dann Ihnen. Schönes Wochenende. Unseren Gästen guten Hauseweg. Und dann sehen wir uns hier beim nächsten Halbensspiel. Vielen Dank. Danke.